ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barkhaft so wenn alles richtig läuft dann müsste jetzt ostersonntag sein 1500 also 15 uhr für die nicht militärisch angehauchten von euch und unser special sollte starten da komme ich gleich noch mal zu warum noch mal ein kurzes osterspecial die letzten zwei wochen waren ja geprägt dadurch dass youtube meine videos oder unsere videos nicht durch die prüfung hat kommen lassen deswegen waren wir so ein bisschen angespannt und ich war ein bisschen angespannt deswegen musste ich weit im voraus dinge produzieren damit die zum zeitpunkt ist also dem sonntags video oder das dienste oder donnerstag wie damit es funktioniert so deswegen konnte ich viele sachen einfach nicht machen weil ich den kopf hatte oder kopf voll hatte mit anderen dingen so das will ich jetzt mit diesem short osterspecial video nachholen also einmal die erklärung warum war das alles so problematisch das habe ich auch schon im notfall video gesagt und zum zweiten wollte ich euch noch eine kleinigkeit zurückgeben eine kleine aufmerksamkeit ich merke ja es ist wirklich viel los im bar in unserem shop und viele leute kaufen sich auch die hörbücher von den episoden oder von den folgen die schon gelaufen sind und jetzt möchte ich auch gerne folgendes machen also von heute ostersonntag 15 uhr bis ostermontag 15 uhr sind alle hörbücher im shop 50 prozent reduziert ihr braucht kein code ihr braucht aber nur wenn ihr wollt und ihr habt das noch nicht reingehen und dann kostet das zwölf euro hörbuch nur sechs euro das zehn euro hörbuch nur fünf euro oder zum beispiel unser panzerpionier nur 250 also es wird sowieso alles teurer deswegen haben wir gesagt kommen machen wir mal 24 stunden rabatt auf diese hörbücher und ich hoffe das ist was für euch haut rein holt euch das wenn ihr euch das schon geholt habt auch schön das hilft die kriegskasse zu füllen und das natürlich auch sehr sehr schön das soll eigentlich 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 das soll es auch schon gewesen sein zu dem oster special kurzer ausblick für nächste woche das video im panzer turm nächster teil ist schon hochgeladen ist durch die prüfung das heißt also ostermontag gibt es nix aber am dienstag habt ihr dann schon wieder die im panzer turm geschichte und es wird auf jeden fall nicht besser und zum panzer turm noch mal wir haben leute die sind da tatsächlich hinterher ich habe jetzt fotos gekriegt aus einer stadt in der gekämpft wurde damals wie das heute aussieht das versuche ich noch mal einzubinden in den nächsten videos und dann diese ganze was da alles noch passiert da gibt es ja auch bestimmte unternehmungen die da passiert sind und ob wir die nicht noch mal extra videos gießen können das werden wir auf jeden fall auch machen weil dieses ganze rückzugs gefechter das ist ja unglaublich was da alles passiert ist so genug der rede also ab jetzt für 24 stunden 50 prozent auf die hörbücher im shop haut da rein ansonsten schöne ostern trinkt nicht so viel feiert ein bisschen mit der familie kommt zur ruhe denn nächste woche geht schon wieder los zum maloche und das wird sowieso wieder schlimm genug ja also schöne ostern macht's gut und auf bald